Was ist die Suche mit Helikopter? Das läuft ja! Moin Leute, willkommen zurück zu einem neuen Folge von GTA Story Mode. Nicht online, weil ich Bock drauf habe. Und ich habe auf meinem anderen Kanal eine Serie angefangen, wo ich das 1-Cut gemacht habe. Aber jetzt kommt es hier weiter geschnitten, weil ich Bock drauf habe, verstehst du? Und ich hoffe, die Videos kommen ab jetzt öfter. Falls ich es schaffe, abonniert bitte den Kanal. Wenn ich es nicht schaffe, auch. Naja, viel Spaß. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ja. So, wenn das jetzt nicht was Ordentliches ist, dann weiß ich aber auch nicht. Oh stimmt, das konnte ja in diesem Modus passieren. Ja. Ich glaube, wir fahren jetzt gerade zu dem Laden, den wir überall haben. Vorsicht. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, wir fahren jetzt mal rein. Wo soll man dann rein gehen? Sir, danke. Tak. Danke, Sir. Ja, ne. Dann suchen wir mal nach einem Weg aus der Dach. Da, eine Konstruktion. Ich bin auf dem Ruf. Hey, ich sehe die Vents. Take the shot and we're finished. Okay, that will do. Come back to me. Let's go back to the garment factory. Get out of the photo. There's two ways I see of doing this. Smart, or we go in loud and dumb. We pump a little knockout gas through the air system and hit the cabinets while everyone's out. The cover is pest control. All right, I want my guy Franklin on the getaway. All right, if you vouch for him, I'll take the risk. So, how do you want to do this? Hard. Okay, now the driver, they'll source the bikes, lead you out through the tunnels. Es geht in einem Hintergrund, Herb. Page, ich hasse dich. Okay, he's not the best. Ich würde sagen, machen wir so. Gut, das heißt, wir besorgen, dass es das knockout geht. Schmeißen das oben in das ganze Klimaanlagensystem von dem Laden rein. Dann schlafen erstmal alle ganz ruhig da unten. Und dann können wir reingehen. Alles einsagen. Raus. Und dann durch diesen U-Band-Tunnel weg. Optimaler Plan eigentlich. Machen wir so. Brian Clown. Hey, what's up? I gotta get hold of the money for that house we pulled down. Geil, Alter. Dies freut mich auch mal gerade sehr. So. I guess I gotta start somewhere. Okay. Franklin ist also dabei. Lester. Ein paar das Brotter von Workstar ist stehend bei der Halle am Hafen. Okay. Ab dahin. Verdammt. What? Oh Gott, das Auto ist schlecht. Ich muss ja sowieso den Wagen holen, also. Boah, das klingt wie scheiße, das Auto. Ey. Oh Gott. Das Auto ist eher eine Bowlingkugel als ein Auto. Schau, wir sind hier bei einem Dock angekommen, bevor wir nur noch das Auto klauen haben, in diesem Sinne. Oh. So. Es wird lange dauern mit so einem langsamen Auto. Danke für den Boost. Ah. Schau, komm, 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 weg, 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 weg. Schau mal. Boah, leck das Skateboard. Da ist das Auto angefangen langsam. Ich weiß es nicht. Nehme ich überhaupt auf? Ja. Habe ich noch genauer Speicherplatz? Ich weiß es nicht. Okay. Was sind die Bollen los? Oh. Nicht kaputt. Bitte nicht kaputt gehen, Auto. Ich brauche dich noch. Oh Gott. Das Auto ist schrecklich. Und hey, wenn euch dieses Video gefällt, abonniert doch bitte diesen Kanal. So macht man übrigens einen U-Turn. Haben es geschafft. Willstunden. Was nun? Aha. Bestunden. All right, Lester. We got a pest control van. I've got a line on the knockout gas. Two shipments a day come through the city from the northeast. I'll see if I can jump one. Ich kann ja nur spannend werden. Ich brauche dafür aber ein gutes Auto. Okay, das ist ein gutes Auto. Hey, Vorsicht. Aus dem Weg. Steh auf jetzt. Scheiße, wie suchen wir den Helikopter? Das läuft ja. Ähm. Was ist mit der Grafik los? Also, ich habe einen Schatzwagen. Jetzt wird es ernst. Na dann. Steig in den Wagen. Warum fahren wir denn mit dem Auto und nicht mit den Bugs-Stars-Van? Man, sie sehen nicht wie seriöse Leute, heim? Sie sind. Für die meisten. Für die meisten? Ich habe eine Saison auf den Hacken gemacht. Ich hoffe, dass ich nicht am falschen Ende gespart habe. Irgendwo muss ich immer sparen. Ohne sparen. Ähm, nix. Verstehen Sie? Hey, da. Sie sehen, ich habe gesagt, wir würden. Oh Gott, das sind Leute, die immer rumplägen, Alter. Ich verstehe die nicht. All right, this is it up there. There's a way through the site up to the roof. Man, we went over there. I'm cool. Ja, so ist sich das. Fragen wir. Äh? All right, when the gas is in the ventilation system, give us the word. I got it. Oh, geil. Wir spielen Freienklenz. Excuse me. Exterminator. There ain't no one around. That suits us. Come on. Get up to the roof. Ich meine, warum muss er sich jetzt verkleiden als Exterminator? Dass er nach oben geht. Aber Michael konnte hier einfach hoch mit Anzug aufs Dach und das Apfel abchecken. Wenn er schon mit Anzug hochgeht, dann noch mit einem gelben Bauhelm und einem iPad in der Hand. Dann wäre das wenig realistisch. Nee. Yes. Sehr professionell. Wir brauchen ein bisschen länger. Yes. Wir machen alles hier leer. Der Laden ist schon fast leer, das macht's schon. Ja, ja, ja. Okay, we clean them out. Let's get out of here. So for the last time, move it. Get the fuck out of my face. We forget a thousand things every day, pal. Make sure this is one of them. Warum redet der mit ihm? Let's go. Boom. Ich kann mich daran erinnern. Ich bin der weltbeste Motorradfahrer der Welt, Alter. Maschallach. Ich darf nicht verhalten, das wäre ziemlich blöd jetzt. Oh Gott. Mein Bike. Wieso? Wieso? Ihr habt es für seinen so gut gefahren. So. Der nicht verkackt. Perfekt. Oh, scheiße. Ich bin hier. Keep driving. Hoffentlich. All right, we're clear of the cops for right now. Let's stop at the end of the river. We'll get the bikes into the truck. F, let's do this. Easy. First drive. Let's drive. Let's drive. Let's drive. Let's drive. Let's drive. Let's drive. I thought I was going to be stuck to that bike. Yeah, I thought you were going to be stuck under a cop. We did not just get away with that shit, did we? You know what? I think we did. Oh, man. Ha, ha. Woo. Ha, ha. Maschallach. You know what I'm saying? Woo. I might just be able to send my kids to college. We did it. Call your gym guy, Lesty, baby, because we got merchandise. God. All right, people. We need to split up. They're going to be looking for a crook. I'll wire your cuts when the rocks have been sold. Shit was crazy, dawg. So what man? Get out of here. Keep our heads down. Hey, you did good, kid. What did I tell you, Lester? I want you to stop by the house and then later on we'll celebrate, right? Okay. We're back in action. Geil. Ich habe gerade exakt eine Stunde footage erreicht. Und das muss ich noch schneiden. Obwohl ich quasi dasselbe schon mal geschnitten habe. Nur ohne Facecam. Das heißt, weniger anspruchsvoll und wahrscheinlich schlechter. Aber egal. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge von GTA. Auf diesem tollen Kanal. Abonniert ganz gerne rein, wenn ihr wollt. Ich hoffe, ich beeile mich mit dem Editen. Ich weiß, wenn du das im Edit siehst und dich darüber ärgerst, dass ich das gesagt habe. Jedes Mal dieselbe Scheiße. Bis dann und ciao. Bis dann.